Die Grafschaft Girona oder Grafschaft Girona ist eine der historischen katalanischen Grafschaften. Hauptstadt der Grafschaft war Girona. Die Grafschaft wurde 1351 Teil des Herzogtums Girona als König Peter III. Von Aragon den Titel des Herzogs an seinen erstgeborenen Sohn Johann verlieh. Für das Gebiet des Herzogtums fasste Peter IV. Die bisherigen Grafschaften Girona, Besalu, Ampureas und Osonar zusammen. 1414 vergab König Ferdinand I. den Titel des Prinzen oder Fürsten von Girona an seinen erstgeborenen Sohn Alfons. Der Titel wird derzeit von Kronprinzessin Leonor von Spanien geführt. Grafen von Girona, Girona, Rostani, Odilon, Bera, Rampo, Bernatty, Bruder Bera, Berengar, Bernatty, zweitemal. Sunnifriti, Graf von Barcelona, Wilfried, Odalric, Humfried von Gottin, Graf von Tulaus, Odga, Bernat von Gottin, Wilfried der Haarige, Sohn Sunnifritz.